Ginkgo Der Ginkgo-Baum entstammt der Urzeit und hat sich bis heute in seiner ursprünglichen Form erhalten. Er ist also eine Art lebendes Fossil. Ursprünglich kommt der Ginkgo aus China, aber inzwischen findet man ihn fast weltweit, weil er gerne angepflanzt wird. Wie kein anderer helfen seine ledrigen B-Elter, unser G-Sythem besser zu durchbluten und wirken dadurch gegen Fehlerlei Zivilisationskrankheiten. Insbesondere seine Asterkende Wirkung auf das Ginkgo ist sehr beliebt. Hauptanwendungen Ginkgo Ginkgo Durchblutungsabsatzzeichen rangehen Arteriosklerose Halwirkung Durchblutungsabsatzzeichen Anwendungsbereiche Alzheimer Asthma Bronchitis Claudicatiointermittens Diabetes Dekubitus Demans Durchblutungsabsatzzeichen rangehen Gleichgewichtsabsatzzeichen rangehen Hautgeschwur aufgrund von mangelnder Durchblutung Haarabsatzzeichen Sturz Konzentrationsabsatzzeichen rangehen Kopfschmerzen Magenprobleme Offenes Bein Ohrensausen Schaufensterkrankheit Schlechtheilende Wunden Schwerabsatzzeichen Riechkeit Schwindel Seestabsatzzeichen rangehen Denitus Ulcus cruris Unterschenkelgeschw Vergesslichkeit Wunden Wundliegen Wurmerkrankungen Wissenschaftlicher Name Ginkgo Ginkgo Verwendete Pflanzenteile Beelte Samen Inhaltsstoffe Flavonoide Alkohole Benid Zucker Essigsuhre Capronsuhre Ginkolsuhre Ginkolid Schickmissuhre Siedsteren Wachs Bisschenkel als Tee Tinktuhl als Tee Trinken Wenn auch Ehr unblich Oder sich selbst Eine Tinktur Ansetzen Und als Ginkgo Tropfen Anwenden Tee F.R. Einen Ginkgo Tee Bergied Man ein bis Zwei Tee Absatzzeichen Fill Ginkgo Mit einer Tasse Kochendem Wasser Und der SST In 10 Minuten Ziehen Anschließend Abseihen Und den Ginkgo Tee In kleinen Schlucken Trinken Von diesem Tee Trinkt man Ein bis Drei Tassen Täglich Tinktur Um eine Ginkgo Tinktur Selbst herzustellen Bergied man Ginkgo In einem Schraubdeckel Glas Mit Doppelkorn Oder Weingeist Bis alle Pflanzenteile Bedeckt sind Und der SST Die Mischung Verschlossene F.R. 2 bis 6 Wochen ziehen Dann abseihen Und in eine Dunkle Flasche Abfällen Von dieser Tinktur Nimmt man Ein bis Dreimal Täglich 1050 Tropfen Ein Wenn einem Die Tinktur Zu konzentriert Ist Kann man Sie mit Wasser Fütten Arzneimittel Ginkgo P-Apparate Findet man In Apotheken Drogerien Und Supermärkten F.R. Die ernsthafte Behandlung Von Krankheiten Z.B. Demenz Sollte man Tabletten Aus der Apotheke Verwenden Denn diese Enthalten Einen Hochkonzentrierten Ginkgo Extrakt Die Ginkgo Tabletten Aus Supermitten Und Drogerien F.R. Gar nicht So hoch Konzentriert Seien Daher Eignen Sie sich Besser Wenn man Nur seine Geistige Leistungsfähigkeit Und die Allgemeine Durchblutung Ästheten Will Umschlag F.R. Die Irrliche Behandlung Von Schlechtheilenden Wunden Und Geschwörn Kann man Einen Umschlag Mit Ginkgo Auflegen Dazu T.R.N.K. T.M. Ein Sauberes Tuch Entweder Mit Ginkgo T.R. Oder Mit Foten Der Ginkgo Tinktur Das Tuch wird Ausgewrungen Damit Es Nicht Tropft Dann Legt Man Das Feuchte Tuch Auf Die Zu Behandelnde Hautstelle Mit einem Wolltuch kommt Mit Einer Mullbinde Kann Man Das Tuch Fixieren Der Umschlag Sollte Mindestens Zwei Stunden Am Besten Bär Nacht Einwirken Home Absatz Zeichen Opatie In Der Home Absatz Zeichen Opatie Wird Der Ginkgo In Niedrigen Potenzen D1 Bis D3 Sehrlich Eingesetzt Wie In Der Heilpflanzen Kunde In Diesen Niedrigen Potenzen Entspricht Die Home Absatz Zeichen Opatische Anwendung Weitgehend Der Phytotherapie Produkttips Wirkung Ginkgo Der Ginkgo Wirkt In Erster Linie Durch Blutungs Absatz Zeichen Und Und Zwar Vor Allem Auf Das Gehirn Aber Auch Auf Andere Gewebe Des K Absatz Zeichen Pass Das Ginkgo Und Das Lernen Vom Absatz Zeichen Gehen Werden Dadurch Verbessert Ordem Werden Nerven Geschützt Alters Bedingte Schaden An den Nerven Werden Verringert Ginkgo Wirkt Zudem Als Antioxidant Es Macht Freie Radikale Und Stlich Und Wirkt Dadurch Allgemein Verringend Nebenwirkungen Gegenanzeigen Manche Manche Menschen Reagieren Allergisch Auf Hautkontakt Mit Den Ginkgo Es Kommt Dann Zu Haut Irritation Wenn Man Extrem Hohe Dosen Vom Ginkgo Einnimmt Kann Es Zubelkeit Und Kopf Schmerzen Kommen Gegenanzeigen Man Sollte Nicht Gleichzeitig Gerinnungshemmende Medikamente Und Ginkgo PR-Parate Einnehmen Das Ginkgo Mittel Kann Die Wirkung Des Gerinnungshemmers Fesken Wodurch Es Zu Blutungen Kommen Kann Kurz Vor Eine Operation Zirka Zwei Tage Sollte Man Mit Der Ginkgo Einnahme Pausieren Damit Es Nicht Zu Unerwünschten Blutungen Kommt Anwendungs Gebiete Ginkgo Innerlich Ginkgo Kann Man Innerlich Als Tabletten De Oder Tinktur Gegen Vergesslichkeit Konzentrations Absatzzeichen Rangehen Und Durch Blutungs Absatzzeichen Rangehen Im Gehirn Einsetzen Bei Leichter Demenz Kann Man Ginkgo Ecken Zins Zu Anderen Behandlungs Mein Armen Einsetzen Auch Die Kommission E Empfiehlt Den Ginkgo Zur Behandlung Von Demenz Selbst Bei Alzheimer Patienten Kann Der Ginkgo Gute Dienste Leisten Er Wird Wohl Keine Wunder Vollbringen Denn Alzheimer Ist Bislang Nicht Heilbar Aber Der Ginkgo Kann Dazu Beitragen Dass Der Geistige Verfall Verlangsamt Wird Dazu Muss Der Ginkgo Aber Dauerhaft Behandlung Längeren Zeitraum Angewendet Werden Man Kann Den Ginkgo Aber Auch Bei Guter Geistiger Leistungsfähigkeit Einsetzen Wenn Man Anstrengende Geistige Arbeit Leisten Muss Dann Hilft Der Ginkgo Beim Konzentrieren Und Dass Man Die Geistes Arbeit Besser Verkraft Zb Ohne Kopf Schmerzen Und So Weiter Aber dem Hilft Ginkgo Gegen Alle Anderen Arten Von Durchblutungs Absatz Zeichen Rung Sei Es Das Herz Die Beine Oder Die Haut Wegen Seiner Durchblutungs Absatz Zeichen Denn Wirkung Ist Ginkgo Ein Wunderbares Mittel Um Das Altern Zu Verlangsamen Sowohl Geistig Als Auch Ke Absatz Zeichen Überlich Man Kann Den Ginkgo Auch Eke Im Ich Einnehmen Um Schlaganfall Und Herzinfarkt Vorzubeugen Irrlich Irrlich Kann man Ginkgo Tee Oder Fettende Tinktur In Form Von Umschlgen Bädern Oder Waschungen Anwenden Mit Dieser Art Der Anwendung Kann Man Schlecht Heilende Wunden Lindern Insbesondere Wenn Diese Wegen Schlechter Durchblutung Nur Schlecht Abheilen Traditionelle Chinesische Medizin DCM In Der Traditionellen Chinesischen Medizin Wird Der Ginkgo Seit Jahrtausenden Anwendet Weil Er Zwischen Yin Und Yang Vermitteln K Absatz Zeichnen Soll Wird Er Zum Ausgleichen Eingesetzt Anstelle Der B-Elter Werden In China Vor Allem Die Samen Genutzt Man Benutzt Den Ginkgo Gegen Asthma Husten Bronchitis Tuberkulose Magenerkrankungen Und Haut Entzündungen Aus Gepulverten B-Eltern Wird Eine Wundauflage Zubereitet Die Sehr Gute Wirkung Haben Soll Magische Anwendung Ginkgo In Japan Werden Die Ginkgo Samen Bei Hochzeiten Als Symbol Fr Das GLCK Verspeist In Vielen Asiatischen Geschichten Gilt Der Ginkgo Baum Als Behausung Von Geistern Geschichtliches Ginkgo Der Ginkgo Baum WCHST Schon Seit Der Urzeit In Seiner heutigen Form Er Ist Daher Ein Sogenanntes Lebendes Fossil Man Vermutet Dass Es Schon Vor 200 400 Millionen Jahren Ginkgo B-Omega Gab In Asien Wird Der Ginkgo Seit Jahrhunderten Als Tempelbaum Gepflanzt Und Verehrt Dieser Brauch Hat Er Wohl Dazu Beigetragen Dass Die Art So Lange Durchgehalten Hat Schon Vor Etwa 2800 Jahren Wurde Der Ginkgo In Asien Medizinisch Genutzt Ein Symbol Fr Yin Und Yang Daher Dient Er Dem Ausgleich Von Gegenstlichkeiten Inzwischen Wird Der Ginkgo Auch In Europa Immer Mehr Angepflanzt Er Ist Jedoch Noch Ein Er Seltener Anblick 1945 Brannte Ein Ginkgo Tempelbaum In Folge Der Atombombe Von Hiroshima Noch Im Gleichen Jahr Trieb Der Baum Wieder Aus Und Bekan Neue Beher Älter Das Machte Pflanzen Beschreibung Ginkgo 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 ist ursprünglich in China heimisch Heutzutage findet man ihn jedoch weltweit angebaut Der Ginkgo Baum wird bis zu 30-40m hoch Er ist 2-usig Das heißt es gibt einen weiblichen und einen ähmlichen Baum Die weiblichen Beherumme bilden Samenwüchte die außen fleischig und innen hart sind Diese Füchte riechen im Herbst ranzig weshalb die ähmlichen Beherumme bevorzugt werden Die ähmlichen Beherumme tragen 2-3 cm lange Katien Die Beherelter des Ginkgo sind Fkof Absatz Zeichen mich und in ihrer Form unverwechselbar Der Ginkgo ist der einzige Baum seiner Familie der aus der Urzeit vor 250 Millionen Jahren bret geblieben ist Dass er Bär die Zeiten ausgehalten hat ist wahrscheinlich jinesischen M Absatz Zeichen zu verdanken die ihn in ihrem KL Absatz Zeichen Stern aus medizinischen und Relliche Absatz Zeichen Senden gehickt und gepflegt haben Anbaut Tipps Ginkgo Den Ginkgo kann man einen mittleren Breiten im eigenen Garten anbauen Er ist mit jedem Boden zufrieden Ansonsten hat er gerne Halbschatten bis Sonne In den ersten beiden Jahren sind die kleinen Ginkgo Beherum noch nicht winterhart Deshalb kultiviert man sie am besten auf mindestens zwei Jahre im Köl bevor man sie ins Freiland gesetzt Man kann den Ginkgo aus den Samen ziehen die man im Herbst in feuchten Sand legt bis 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 Keimung sollten sie khl stehen einfacher ist es jedoch wenn man fertige Ginkgo Pflanzen verwendet Produkttips Sammeltips Ginkgo Die Beherelter des Ginkgo werden im Oktober gesammelt bevor sie braun werden und abfallen Dann werden sie zuckig im Halbschatten getrocknet Ginkgo